Entdecken Sie die innovative Interliving Küchenkollektion und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten für Ihre individuelle Traumküche inspirieren. Interliving – Küche für mich gemacht. Verbringen Sie die kostbare gemeinsame Zeit dort, wo Sie sich wohlfühlen, im Mittelpunkt Ihres Lebens, in der Küche. Die Interliving Küche Serie 2015 bietet Ihnen Raum für mehr. Mehr Platz, mehr Stauraum, mehr Bewegungsfreiheit, mehr Eleganz. Das optische Highlight der Küche bilden die exklusiven Fronten in Cotton-Weiß. Durch die markante Cotton-Struktur und schwarze Akzente entsteht eine außergewöhnlich edle Optik. Die Interliving Küche Serie 2015 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchen-Profis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die exklusiven Fronten mit markanter Cotton-Struktur überzeugen nicht nur durch Ihre auffällige Optik, sondern auch durch die eigenständige Haptik. Geräumige Auszüge bieten beste Erreichbarkeit und Ordnung, zum Beispiel für Töpfe und Pfannen. Serienmäßig ausgestattet mit Soft-Einzug schließen die Auszüge leichtgängig und lautlos. Das dekorative Wandregal zwischen den Hängeschränken eignet sich perfekt für häufig genutzte Gegenstände und Ihre schönsten Stücke. Ein weiterer gestalterischer Höhepunkt ist die Innenausstattung der Hängeschränke. Die stilvollen Glasregalböden setzen die elegante äußere Erscheinung innen fort. Weitere funktionale Vorzüge bieten der praktische Lifttürschrank über dem Backofen und der schmale Spülenunterschrank mit Handtuchhaltern. Die Interliving Küche Serie 2015 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving – Küche für mich gemacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017